Hallo, in vorherigen Videos habe ich diese schöne Aufgabe hier, die mir auch mal ein Student per E-Mail zugeschickt hat, schon mal per Zwei-Portie gerechnet und auch mithilfe des Superpositionsprinzips. Und nochmal kleiner Blick auf die Aufgabe. Also hier geht es um zwei parallel bzw. antiparallel geschaltete reale Stromquellen, die hier als Gleichstromgeneratoren bezeichnet werden und die praktisch irrtümlich gegensinnig geschaltet wurden, weil sich dann eben ihre Quellströme und Quellspannung so ein bisschen aufheben. Und parallel dazu sind dort zwei Lastwiderstände, zwei Verbraucher, zwei Bremswiderstände. Und man soll jetzt, das ist die Aufgabe hier, in dieser Schaltung alle diese Ströme bestimmen. Die beiden Ströme durch die Quellen und die beiden Ströme durch die beiden Verbraucher. Und finde ich an sich keine schwierige Aufgabe. Aber was ich interessant finde, ist, dass man hier eben erstmal als ersten Schritt ein geeignetes Verfahren auswählen soll, mit dem man hier diese Netzwerkberechnung macht. Und ja, das kann eben, wie gesagt, Zwei-Port-Theorie sein, passt ganz gut. Sieht man hier, ist nicht eine allzu komplizierte Rechnung. Und mit dem Superpositionsverfahren geht das auch ganz gut. Die beiden Videos verlinke ich auch unten. Und die Idee von diesem Video ist, das jetzt nochmal mit einem dritten Verfahren zu machen, was ich für diese Schaltung auch einigermaßen geeignet halte. Und das wäre die Maschenstromanalyse. Also das ist die Idee dieses Videos. Ich mache mal mein Kamerabildchen, vielleicht ein bisschen kleiner, bevor ich das vergesse. Und schreibe mal hin, das, was wir jetzt hier machen wollen, ist Maschenstromanalyse. So, und wie geht jetzt so Maschenstromanalyse? Also Maschenstromanalyse basiert darauf, dass wir uns Maschenströme ausdenken für unabhängige Maschen. Und wie findet man jetzt diese unabhängigen Maschen? Da gibt es die schöne Methode des vollständigen Baumes. Für den nehme ich mal hier grün, ein Grüntextmarker. Und ein vollständiger Baum, schreibe ich mal hin, ist immer eine Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Und, tja, also wir können gucken, wir haben hier oben einen Knoten. Die sind so als zwei Knoten gezeichnet. Das haben wir im Prinzip einen Knoten, weil da kein weiteres Baudehmender dazwischen ist. Und hier unten gibt es einen zweiten Knoten. Und wenn ich jetzt alle diese beiden Knoten miteinander verbinde, ohne dass es einen Umlauf gibt, könnte ich das zum Beispiel hier vorn machen. Also wenn ich das über diese Masche hier mache, ich zeichne mal den Baum bis hinten hin, dann wäre das auf jeden Fall ein vollständiger Baum. Der verbindet alle Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Und jetzt kann ich diesen Baum, und dafür nehme ich mal andere Farben, schließen über die verbleibenden Zweige. Ja, ich könnte den nämlich einmal hier schließen. Dann kommt da eine unabhängige Masche bei raus. Das wird jetzt sozusagen meine blaue Masche. Dann könnte ich den hier schließen über diesen Zweig. Dann kommt da die lila Masche raus. Und genauso könnte ich den noch in einer anderen Farbe schließen über diesen orangen Zweig hier hinten. Dann kommt da die orange Masche raus. Und dann sagt uns diese Methode mit dem vollständigen Baum, dass diese Schaltung drei unabhängige Zweige hat, die nicht zu dem vollständigen Baum gehören. Und dass ich dementsprechend jetzt eben drei Maschengleichungen aufstellen kann, dass es drei Maschenströme gibt. So, und ja, ich zeichne jetzt für die einfach mal einen Maschenumlauf ein. Ich mache das mal so, dass die einfach im Uhrzeigersinn liegen. Also das soll die Masche 1 sein. Zweite Farbe, das hier ist die Masche 2. Die sich hier über diesen Zweig schließt. Und dann habe ich noch die orange. Ich muss mal gucken, wie ich die hier noch vernünftig eingezeichnet bekomme. Aber irgendwie wird mir das schon gelingen. Ja, also auch die zeichne ich im Uhrzeigersinn ein. Die geht dann hier irgendwie so zwischenlang, dass die Linien sich nicht allzu sehr überkreuzen. Und schließt sich über diesen Widerstand hier hinten. Das wird die Masche Nummer 3. So, und jetzt kann man, also wenn man so ein bisschen den länglichen Lösungsweg wählt, den will ich jetzt in diesem Video eigentlich nicht wählen, würde man jetzt für jede dieser Maschen 1, 2, 3, einen Maschensatz aufschreiben. Und dann würde man in dem Maschensatz natürlich erstmal die Zweigspannung verwenden, die Spannung über jeden Bauelement. Und würde dann die Zweigspannung ausdrücken durch die Zweigströme, also einfach den Strom durch jedes Bauelement. Und würde dann die Zweigströme ausdrücken durch gedachte Maschenströme, die jeweils in diesen drei Maschen fließen. Und die Idee ist dann eben, okay, wenn wir drei Maschensätze aufschreiben und auch drei Maschen haben und drei Maschenströme, kriegt man ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen mit drei Unbekannten und das kann man dann lösen. Und es gibt jetzt eben auch einen Trick oder ein paar Regeln, wie man gleich auf dieses Gleichungssystem kommt. Und dafür schreibt man sich dieses Gleichungssystem im Idealfall so in Matrixform hin. Also ich lasse hier mal ein bisschen Platz, um eine 3x3 Matrix hier hinzubekommen, in der meine Maschenwiderstände drinstehen. Und dann haben wir hier den Vektor der unbekannten Maschenströme, die wir ausrechnen wollen. Und hier drüben noch ein Vektor und in dem stehen die Quellen drin, die in jeweiliger Masche angeschlossen sind. Und naja, warum reignet sich jetzt diese Maschenstromanalyse da besonders gut dafür, dieses Problem hier zu lösen? Weil man in dieser Maschenstromanalyse sehr gut Spannungsquellen unterbringen kann. Also es gibt eine Regel, was muss hier hinten stehen, wenn da jeweils eine Spannungsquelle drin ist in dieser Masche. Und deshalb eignet sich diese Schaltung zum Beispiel nicht so gut für die Knotenspannungsanalyse. Oder die Knotenspannungsanalyse besser gesagt eignet sich nicht so gut für diese Schaltung, weil man in der normalen Knotenspannungsanalyse eben erstmal nur Stromquellen unterbringen kann. Jetzt könnte man die Spannungsquellen wieder in Stromquellen umwandeln, so wie bei der Lösung mit der 2-Pool-Theorie. Aber dann nachträglich noch Knotenspannungsanalyse anzuwenden, bringt dann jetzt irgendwie auch nicht so viel im Sinne eines geeigneten Verfahrens. Also es ist ein Verfahren, ob das jetzt wahnsinnig geeignet ist für diese Schaltung, sei mal hingestellt. So, also wenn wir das hier mit Maschenstromanalyse machen, dann purzelt hier auf jeden Fall erstmal ein Gleichungssystem raus, was man dann auch lösen muss. Das mache ich natürlich wieder mit Oktav, aber vorher ist die Frage, was steht hier in diesem Gleichungssystem drin. Und für dieses Gleichungssystem gibt es jetzt drei Regeln, nämlich die erste Regel, was steht hier auf der Hauptdiagonale. Und auf der Hauptdiagonale stehen immer die Ringwiderstände in der jeweiligen Masche. Also können wir schauen, in der ersten Masche steht da Ri1 plus Ri2. Das sind die Widerstände, die in der ersten Masche vorkommen. Dann können wir uns auf die zweite Masche fokussieren. Das ist diese lila-pinke hier. Da steht der Widerstand Ri1 und der Widerstand RB1. Und in der letzten Orangenmasche fließt der Maschenstrom durch die Widerstände Ri1 und RB2. Okay, damit ist die Hauptdiagonale abgegessen, abgefrühstückt. Jetzt braucht es als nächstes eine Regel für die Nebendiagonalen. Und auf den Nebendiagonalen, da stehen immer die Koppelwiderstände, die Verbindungswiderstände zwischen zwei Maschen. Und zwar dann noch multipliziert mit dem Umlaufsinn. Laufen sich die Maschenpfeile entgegen oder zeigen die in die gleiche Richtung? So, und jetzt können wir gucken. Also die Masche 1, die blaue Masche und die Masche 2. Wenn ich hier mal die Zeilen und Spalten nummeriere, also erste, zweite, dritte, Spalte, erste. Zweite, dritte Zeile. Es geht jetzt um diesen Eintrag hier, da wo sich die erste und die zweite oder eben die zweite und die erste Masche berühren. Und ja, da wo die Pfeile parallel zueinander laufen, das ist hier. Und da laufen die auch in die gleiche Richtung. Und deshalb steht hier der Widerstand Ri1 und hier steht auch der Widerstand Ri1. So, jetzt können wir gucken. Erste Masche und dritte Masche, die berühren sich auch, haben auch nur eine Gemeinsamkeit hier in diesem ersten Widerstand. Dann steht hier auch der Widerstand Ri1. Und hier hinten oder hier unten auch Ri1. Und die zweite und die dritte Masche, der pinke und der orange Pfeil, die laufen auch nur hier vorne parallel zueinander. In diesem Widerstand, dann steht auch hier Ri1 und auch hier Ri1. Also eigentlich sozusagen ziemlich einfach auf diese Matrix zu kommen, gerade so wie jetzt hier diese Maschen liegen. Also habe ich jetzt ein bisschen vielleicht durch Zufall, aber vielleicht auch mit Glück diesen vollständigen Baum da gewählt. So, dann kommen hier unsere gesuchten Maschenströme raus. Im1, Im2 und Im3, die wollen wir ja ausrechnen. Und hier drüben gibt es jetzt noch eine weitere Regel. Hier stehen immer die Quellen in der jeweiligen Masche, die Spannungsquellen und dann multipliziert mit dem negativen Umlaufsinn. Warum der negative Umlaufsinn? Eigentlich würden die ja hier drüben positiv stehen und wenn man die dann auf die andere Seite drüber holt, dann stehen die einfach negativ da. Also können wir schauen. In der ersten Masche kommt dieser blaue Pfeil an beiden Quellen vorbei. Und zwar läuft der beiden Quellen entgegen. Hier drüben läuft der blaue Pfeil nach oben, läuft UQ1 entgegen und läuft hier auch UQ2 entgegen. Also steht hier einfach die Summe UQ1 plus UQ2. So, und dann können wir auf den zweiten Maschenumlaufpfeil hier schauen. Der kommt nur an der einen Quelle vorbei, läuft der auch entgegen. Also steht hier UQ1 und das gleiche trifft auch auf die dritte, auf die orange Masche zu. Auch hier steht UQ1. So, und damit ist das Gleichungssystem eigentlich fertig. Ja, das könnte man jetzt eben sehr kompakt so schreiben, dass hier man eine Matrix hat, in der die Maschenwiderstände stehen. Die wird eben multipliziert mit diesem Vektor der unbekannten Maschenströme, die wir bestimmen wollen. Und da hinten steht so ein Vektor von den Quellspannungen. Und den wollen wir jetzt haben. Jetzt müssen wir diese Matrixgleichung in diese Richtung umstellen. Jetzt nehmen wir das Inverse dieser Maschenwiderstandsmatrix, die Matrix hoch minus 1 und multiplizieren die von der linken Seite, denn die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ. A mal B ist nicht das gleiche im allgemeinen Fall wie B mal A. Ja, von dieser Seite hier dran. Und wenn wir die von dieser Seite dran multiplizieren, steht hier Inverse Matrix mal Matrix. Inverse Matrix mal Matrix ergibt die Einheitsmatrix. Einheitsmatrix mal den Vektor ergibt den Vektor, den wir haben wollen. Und hier drüben steht dann eben Inverse dieser Matrix von links ran multipliziert an unseren Vektor, an den bekannten Vektor mit den Quellen. Und das kann man auch als so eine Linksdivision, wenn man so will, schreiben. Also eine Matrixdivision gibt es nicht so richtig, aber damit meint man eben das Gleiche. Wir haben das Reziproke dieser Matrix von links daran multipliziert an diesen Vektor. Und genauso kann man das jetzt auch gleich in Octave aufschreiben. Denn der nächste Schritt zur Lösung dieser Aufgaben mithilfe der Maschenstromanalyse wäre jetzt natürlich, dieses Gleichungssystem zu lösen. Und kein Ingenieur, keine Ingenieurin von Welt rechnet so ein Gleichungssystem von Handhaus. Das macht man ungefähr zwei, drei Mal. Dann hat man verstanden, wie das geht. Und danach traut man einem Computer und auch sich selbst so den Computer entsprechend zu bedienen, das zu machen. Und dafür nehmen wir jetzt natürlich Octave. Ich habe hier noch ein paar Zahlenwerte drin und Formeln von den vorherigen Videos. Also unter anderem eben die ganzen Werte der Bauelemente, die hier oben stehen. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen runter, mache das mal ein bisschen kleiner, dass ich hier noch das hinbekomme. Und baue jetzt mal erstmal diese Matrix hier nach. Die nenne ich R-M-Matrix. Die Matrix mit den Maschenwiderständen. Matrizen macht man in Octave mit eckigen Klammern. Und da steht jetzt eben erstmal drin, R-I1 plus R-I2. So, dann haben wir im nächsten Eintrag R-I1. Und im nächsten Eintrag wieder R-I1. So, dann kommt eine neue Zeile. Neue Zeile kriegt man mit einem Semikolon hin. Dann steht da wieder R-I1. Vielleicht sollte ich mir das mal kopieren. Na, egal. So, dann steht da R-I1 plus R-B1. Und nochmal R-I1. Und in der letzten Zeile steht nochmal R-I1, R-I1 und R-I1 plus R-B2. Das sollte die Matrix sein. Eckige Klammer zu. Kann man mal gucken. Ja, sieht einigermaßen sinnvoll aus. Hier ist die Summe dieser beiden Widerstände. Hier 0,4 und 0,5 macht 0,9. Hier auf den Nebennägerungen steht sonst überall 0,4. Oben hier stehen 10,4. Hier stehen 12,4. Entsprechend den 10 und 12 und 0,4 zusammen. Das passt schon mal. Dann brauchen wir UQ-Vektor. Da soll jetzt drinstehen, das habe ich hier nur U1 genannt und nicht UQ1. Weil das, ja, stelle ich auch gerade fest, widerspricht sich so ein bisschen in der Aufgabe. Also hier oben steht U1, fällt mir das jetzt auf, ist mir in den anderen vorherigen Videos nicht aufgefallen. Hier steht U1, hier steht UQ1. Naja, ergibt sich aus dem Zusammenhang, dass das wohl hoffentlich das gleiche sein soll. So, also im ersten Eintrag steht die Summe und dann steht immer nur der Eintrag U1. Und ein Komma muss noch in ein Semikolon geändert werden. Also als ersten Eintrag 880 Volt, dann 2 mal 440 Volt. Das sollte so passen. So, und jetzt kann ich eben daraus den Vektor der Maschenströme ausrechnen. Schiebe ich mal hoch. Genau mit dieser Rechnung, so wie sie hier steht. Also ich könnte jetzt nehmen, das Inverse dieser Matrix mal den Vektor. Inverse der Matrix kriegt man mit Infin. Inf von Rm Matrix. Und das multipliziert mit UQ Vektor. Und ja, Inverse der Matrix ist wieder eine Matrix. Matrix mal Vektor ergibt einen Vektor. Kommt da ein Vektor raus, kommen da die Maschenströme raus. Und das kann man jetzt auch genauso rechnen mit so einer Linksdivision. Die kriegt man mit einem Backslash hin. Also sozusagen Vektor dividiert durch die Matrix. Da kommt das gleiche raus. Und diese zweite Variante, die ist numerisch etwas effizienter. Hier wird wirklich erstmal diese Inverse Matrix ausgerechnet. Dann das Matrix-Vektor-Produkt. Hier wird direkt dieses Gleichungssystem, was sich dahinter verbirgt, praktisch gelöst. Mit sowas wie einem Gauss-Algorithmus, wenn man so will. Und da sind ein bisschen weniger Rechenschritte im Hintergrund möglich. Also bei einer 3x3-Matrix wird man hier mit Octave, mit MATLAB, es sei denn, man macht das mehrere Millionen und Milliarden mal pro Sekunde keinen Unterschied merken. Aber wenn das jetzt eine sehr große Matrix mit ein paar Millionen Einträgen wäre, das hier unten vermutlich schon ein ganz bisschen schneller als das da oben. So, auf jeden Fall kommen da jetzt unsere Maschenströme bei raus. Und jetzt ist so ein Vorteil an der Maschenstromanalyse, man kommt relativ schnell auf dieses Gleichungssystem, kann das dann mit Octave lösen. Nachteil ist, diese Maschenströme, die man hier rausbekommt, die sind erstmal nur so Rechenhilfsgrößen, wenn man so will. Wir müssen jetzt aus denen mal noch hier unten unsere richtigen Ströme ausrechnen. Und uns überlegen, wie hängen unsere richtigen Ströme mit den Maschenströmen zusammen. Und zwar der erste Strom hier, der setzt sich dann zusammen aus dem blauen, dem pinken und dem orangen Maschenstrom, weil hier fließen ja, hier kommen ja alle diese drei Pfeile vorbei. Also hier steht einfach IM1 plus IM2 plus IM3. Und kann ich gleich ausrechnen, kommt ein Zahlenwert raus. So, bei dem Strom I2 können wir schauen, da kommt ja nur, hier an der Stelle kommt nur der blaue Pfeil vorbei. Also das ist direkt der Maschenstrom IM1. Und dann fehlen uns noch die Ströme IB1 und IB2. Und dann kann man gucken, da hinten an der Stelle, da kommt auch jeweils immer nur ein Maschenstrompfeil vorbei. Nämlich einmal der von der zweiten Masche und einmal der von der dritten Masche. Also das ist hier, habe ich jetzt durch Zufall so gelegt, das ist IM3 und das ist der Maschenstrom IM2. So, und damit gehe ich nochmal zurück in mein Octave Fenster. Schiebe das hier mal so hin, dass ich gleichzeitig irgendwie noch die Schaltung ein bisschen sehen kann. Und also wir können mal gucken, ich habe nämlich ja noch die Ergebnisse von den vorherigen Rechnungen hier natürlich im Speicher drin. Also für den Strom I1 haben wir vorher mal das ausgerechnet. Und wenn ich jetzt eben rechne IM, also von dem IM-Vektor, den ersten Eintrag plus von dem IM-Vektor den zweiten Eintrag plus von dem IM-Vektor den dritten Eintrag. Also die Summe dieser drei Maschenströme entsprechend dieser Formel hier, dann sollte da I1 von der Maschenstromanalyse rauskommen. Und das kann ich ja mal ausrechnen, da kommt zum Glück der gleiche Zahlenwert raus. Kann ich den schon mal abschreiben. Das sind wieder 983 Ampere. So, und hier können wir jetzt das Gleiche einfach auch so machen mit der gleichen Vorgehensweise, bloß dass da keine Summe drin vorkommt. Also der Strom I2, den ich vorher mal per Zwei-Pol-Theorie ausgerechnet habe, das war dieser Wert hier. Der sollte ja einfach dem Maschenstrom 1 entsprechen. Also wenn ich da den ersten Maschenstrom nehme und den da reinschreibe, klar, dann hat das den gleichen Wert. Das sind 974 Ampere. Und dann haben wir noch den Strom IB1 per Zwei-Pol-Theorie ausgerechnet kam da das raus. Wenn ich das jetzt per Maschenstromanalyse mache, dann sollte das genau der dritte Maschenstrom sein. Und nicht der zweite, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil die Rechnung hier sagt natürlich, das ist der dritte. Also IB1 ist ja hier der dritte Maschenstrom. Habe ich jetzt die Maschen so verwechselt? Wahrscheinlich habe ich hier genau die Widerstände vertan. Also ja, ich habe hier in die zweite Masche RB2 reingeschrieben, in die dritte Masche RB3. Okay, dann muss ich mal am besten hier oben den Fehler nochmal korrigieren. Also jetzt Rot, weil Rot war falsch. Wer fleißig aufgepasst hat, dem ist das mit Sicherheit auch schon nicht entgangen. Also hier müsste ein RB2 und hier müsste ein RB1 stehen. Da ändert sich zum Glück natürlich an den Ergebnissen nichts, aber hier unten sollte das besser werden. Also wenn ich jetzt nochmal meine RM-Matrix definiere und mal diesen Fehler hier korrigiere. Also hier muss bei der zweiten Masche ein RB2 stehen und bei der dritten Masche ein RB1. Dann haben sich jetzt genau hier diese beiden Einträge auf der Hauptdiagonale getauscht. Jetzt kann ich nochmal das IM-Vektor ausrechnen. Dann haben sich hier auch genau diese beiden Einträge getauscht. Jetzt kann ich das IB1 von der Maschenstromanalyse ausrechnen aus dem dritten Maschenstrom. Und das nochmal mit IB1, dem Strom IB1 aus der Zwei-Pult-Theorie vergleichen. Da kommt das gleich raus. 4,7 Ampere. Ich nehme mal wieder schwarz, weil es jetzt wieder richtig wird. Also das sind 4,7 Ampere. Es hilft immer auf jeden Fall eine Probe zu machen. So viel kann ich schon mal sagen. So und IB2, da sollte dieser Wert rauskommen. Und wenn ich jetzt IB2 mit der Maschenstromanalyse ausrechne, dann sollte das der zweite Maschenstrom sein. Und das kommt auch raus. Das sind 3,9 Ampere. So, dass das jetzt hier eine auch aus meiner Sicht sehr elegante, sehr schöne Lösung ist. Das ist diese Aufgabe mit Hilfe der Maschenstromanalyse, wo man aus elektrotechnischer Sicht wirklich sehr wenig Gehörnschmalz reinstecken muss, wenn man diese Regeln kennt, wie man hier auf dieses Gleichungssystem kommt. Die Schwierigkeit tatsächlich vielleicht ist, numerisch einfach dieses Gleichungssystem auszurechnen. Wenn man aber so ein Werkzeug wie Octave zur Verfügung hat, dann macht man das auch ganz lässig locker nebenbei.